so da sind wir wieder money game probieren wir mal aus tun wir direkt mal den gewinnplan drauf halten dass ich das nicht vergesse was wir jetzt auf 10 cent fangen wir mit 30 cent an und schauen mal ob wir mal 3 dollar noten hier kriegen nicht noten sondern dollar zeichen um mal freispiele zu kriegen das schöne ist dass das wild auch noch verdoppelt den gewinn nicht nur ersatz aber das ist halt wie bei dolphins pearl oder lucky lady charm ist ja eigentlich nichts anderes hier das spiel so jetzt mal 40 cent vielleicht sehen wir da mal ein paar skatter immer nur einen und komm jetzt schare und komm jetzt komm jetzt schade ich hoffe wir sehen noch drei immerhin hält er sich mit gewinnen schon mal wenn wir mal 50 cent rüber reden was zu machen vielleicht klappt es ja noch weniger skatter wie sieht es noch 60 cent aus schade ich vielleicht und 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 Ah, einer höher. Ein 16 Euro gewesen bei den Cars gerade. Und ein Freispiel drin, oder nicht? Ich tippe mal auf Nein. Na, alles klar. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis dann wieder. Ciao. Hallo zusammen bei Bali war ein Wunsch von euch. Wind Blaster, nehmen wir das mal aus. So, der Firepack lohnt sich hier nicht. Dann starten wir mal mit 20 Cent und schauen mal was passiert. Wir brauchen Gewinne mit Wild, mit einem Wildfeld in der Mitte. Damit da oben das Feature da startet. Schade, da hätten wir so weit gehabt, aber kein Gewinn dazu. Hier kommt ja gar nichts. Wenn das vielleicht mal 40 Cent ist. Jawoll. Komm her. Mal 5. 16 Euro. Und die mit der grünen Leiter ist sich gewünscht worden. Dann nehmen wir erstmal an. Dann haben wir nochmal ein bisschen Spielgeld erstmal aufbauen. Schade, da war es wieder. Leiter will ich gar nicht. Geht was auf 60 Cent vielleicht. Oh, da machen wir mal auf 60. Die verdrück ich jetzt aber auch nicht. Ich hoffe dass das mit dem Wild nochmal einloggt. Mal auf 1 Euro probieren. Dann machen wir dann noch 30 Cent jetzt nicht mehr. Und dann schauen wir mal nochmal neueindustrie. Abo Wunsch erhöht. Ich hoffe es hat trotzdem Spaß gemacht so zu schauen. Zumindest hatten wir das Feature mal. Bis dann wieder. Ciao. Hallo zusammen. La Dolce Vita. Habt ihr euch gewünscht? Ohne Firepots. Der ist uninteressant. Immer noch. Ja ist die Frage ob man hier mit 10 oder besser mit 5 Linien spielt. Ich versuch es mal mit 10 Linien. Starten wir mal mit 20 Cent. Gucken wir mal was kommt. Schon mal nicht viel. Das ist ja eine Art Fishing Frenzy. Okay. 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 Ja. Genau. Genau. Ja. Ahh. da kommen ja nicht mehr zwei skater schade ich hätte mir gerne mal was anderes gewünscht aber leider ist das das ergebnis gut ich hoffe dennoch ihr hattet spaß zuzuschauen also bis dann wieder ihr habt euch Woon Secrets gewünscht probieren wir mal aus was das Spiel macht ist ja wie I of Horus so ein jackpot lohnt nicht starten wir mal mit 20 cent schade das hier gewinnt ja jetzt hätten wir diese Flüten da gebraucht jetzt hat es ein bisschen geschöpft ab 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 Das war's für heute. ja das war es schon wieder leider gut bis dann